Wir sind weiter fleißig am Krok sammeln. Ihr wisst, ich habe noch zwei Gebäude ausstehend, die Krok verlangen. Für alle, die nicht dabei waren, holen wir natürlich gerne mal schnell mit an Bord. Wir wollen eine Voodoo-Hütte und einen Steinmetz. Und für den Steinmetz haben wir auch schon genug Krok, das heißt, den können wir jetzt auch direkt mal bauen. Wir brauchen jetzt natürlich aber wieder Krok für Voodoo, das heißt, hier lassen wir dann auch direkt noch im nächsten Schritt unsere letzte Krokbrennerei auf Level 7 upgraden. Alle anderen sind schon auf Level 7. Man kann dann auch wieder weiter upgraden auf 8, aber ich denke, im nächsten Schritt werde ich dann mal mit Gold hinterherziehen und die alle mal auf 7 bringen, je nachdem, wie sie es eben anbietet. Und wir schauen natürlich jetzt gleich erstmal, wie sich denn unsere Erkundungstour diesmal geschlagen hat. Was wir freigeschaltet haben, neue EP gibt es. Hier können wir auch wieder ein bisschen Ressourcen einsammeln. Und was erwartet uns? Hier haben wir was Neues entdeckt, ein kleines neues Schiff. Okay, sonst erstmal nichts. Und dann gehen wir gleich mal direkt wieder zurück. Angegriffen worden sind wir natürlich auch wieder. Und da würde ich sagen, können wir auch gleich mal reinschauen. Hier haben wir eine Nachricht vom 3. Oktober mit der Schmiede. Lass den Ofen glühen. Da Kämpfer ein Eckpfeiler des Piratenlebens ist, macht sich eine Angriffsversteigerung immer gut. Mit einer Schmiede auf einer Insel wirst du genau das bekommen. Bei Gildenboni sollst du dich vergewissern, dass alle Gildenglieder spenden. Nach der Aktivierung könnt ihr Höllenkräfte entfesseln. Einige nennen das einen unfairen Vorteil. Wir sprechen von einer klassischen Hinterlist. Also da gibt es wirklich ganz coole und nette Nachrichten. Immer mal sieht man, das Ganze ist mit viel Liebe gemacht. Und wenn wir uns anschauen, hier wurden wir von einem Level 124 angegriffen. Hat es aber nicht geschafft, sage ich mal, uns zu three-starren. Und ich würde sagen, wir schauen uns erstmal seine Base an. Wow, drum drum. Ja, so übel sieht die eigentlich gar nicht aus. Oder mein Blick täuscht, hat sogar sein Schiff hier noch aus, ne? Weil was sind wir momentan? Wir sind 103. Okay, so groß ist der Unterschied gar nicht. Aber lasst uns doch trotzdem mal reinschauen. Vielleicht einen interessanten Angriff. 130 hätten wir hier. Ja, schauen wir uns doch mal den an. Den... Da, eine Wiederholung. Wie sich unsere Base da geschlagen hat, beziehungsweise ob man danach vielleicht auch mal einen Knackpunkt. Hier kommt er mit einem Schläger als Tank. Sonst wird erstmal noch von nirgendwo angegriffen. Und jetzt macht er dahinter gleich weitere Piraten. Zündet er ihre Fähigkeit. Und der Schläger geht hier gleich mal auf den Mörser drauf. Ich habe es ja schon oft erwähnt, Schaden macht er nicht besonders gut, aber er tankt einfach unglaublich gut. Und ja, dementsprechend können die restlichen Einheiten, ähnlich wie es bei Clash of Clans mit der Riesentaktik ist, einfach hintenrum in Ruhe schon mal aufräumen und da ein bisschen für, ja wie soll ich sagen, für Schaden sorgen. Und das scheint auch wirklich alles zu sein, also dass da, dass da eine Grundtaktik ist. Das macht er hier nochmal, ich nenne es wieder Bogenschützen. Mir fällt es einfach schwer, sag ich mal, bei allen Spielen überall den Fachbegriff von der jeweiligen Einheit zu merken. Also da müsst ihr mir bitte etwas nachsehen. Und kommt es von hier unten nochmal mit welchen und das können wir uns mal ein bisschen beschleunigen. Und schauen wir mal, ob noch irgendwas Neues passiert oder ob die restlichen Truppen einfach durchtanken. Also seine Schläger halten wirklich unglaublich viel aus, der marschiert da durch und ist immer noch nicht platt. Und ja, mehr kam auch nicht mehr. Hier leider wird nicht mehr angegriffen. Das heißt, das macht auf alle Fälle schon mal Sinn, dass wir das weiter reinstellen. Wenn ich es generell habe, habe ich gesagt, ja, muss ich eh wieder ein bisschen umbauen. Aber wir nehmen zum Beispiel mal das nach außen, ziehen das hier raus und setzen dann nämlich das hier rein. Weil das kann, wie ihr seht, der Bunker nur in eine Richtung schießen. Und dementsprechend hat er gerade bei dem Angriff zum Beispiel auch gar nichts gemacht. Und jetzt setzt man einfach mal vorläufig hier rein und bauen den auch wieder schön zu. Und unsere Mauern müssen wir natürlich auch nochmal sinnvoller verteilen. Aber ich denke, das wird in einem Video auf Dauer langweilig. Von daher werde ich das dann im Nachhinein so machen. Also ihr seht, die neuen Mauern habe ich da hinten erstmal nur so umgesetzt. Aber da macht es natürlich Sinn, die noch alle um seine Verteidigungseinheiten rumzumachen. Und habe mir überlegt, wir probieren heute mal, nachdem wir... Beim nächsten Mal werden wir mal Rivalen angreifen und werden uns hier ein bisschen Ressourcen holen. Und jetzt schauen wir mal hier, ob wir uns das vielleicht tut. Und ich habe bis diesmal keine Schläger dabei, sondern habe nur die zwei Standard-Truppen. Und wir gehen einfach da gleich dann auf das, dass wir mindestens schon mal einen Stern bekommen, würde ich sagen. In der Mitte hat das Schiff, hier hat er wieder Kanonen. Aber ja, ich würde sagen, wir marschieren ganz frech mit allen mal hier rein. Und schauen einfach mal, wie das läuft. Und zünden da auch jeweils gleich deren Fähigkeit, dass sie da super gepusht werden. Und jetzt gehen sie auch gleich schon auf das Hauptgebäude drauf. Und das denke ich, sollten sie doch recht easy blatt bekommen. Und dann schauen wir mal, inwieweit sie noch weiter aufräumen. Das heißt, ob da noch 50% drin sind, beziehungsweise vielleicht sogar die 100. Also hier ist einfach der Gruppenvorteil. Das heißt, es sind viele kleine, die Schaden machen können. Jetzt haben wir halt da drüben die Kanonen auch noch. Die werden wir wahrscheinlich nicht hinbekommen. Aber hoffentlich nehmen wir zumindest das eine Goldlager hier oben noch mit. Jo, da laufen sie jetzt hin. Und jetzt waren es dann wahrscheinlich sogar noch Two-Stars. Müssen wir mal schauen. Ja, Gold gibt es auf alle Fälle schon mal. Und dann müssen wir die 48% doch auch, beziehungsweise die 50% überschreiten. Sehr schön. Auch noch einen zweiten Stern bekommen. Also mit einem Minimum das Maximum rausgeholt. Jetzt wird hier gleich der letzte Pirat geplättet. Und wir haben alles erfüllt. Zwei Sterne haben wir geholt. Ein bisschen Ressourcen gab es mit. Das heißt, jetzt sehen wir hier, haben wir sogar freigeschaltet. Conrad, you have defeated le Marquis de la Mer. Hier in Schutt und Asche. Und man kann die dann auch nicht mehr angreifen. Das heißt, wer wirklich immer Three-Stars haben will, sollte sich das im Vornherein überlegen, wie er angreift. Ihr habt danach wirklich keine Option mehr, erneut anzugreifen. Aber dementsprechend würde ich sagen, beim nächsten Mal bereiten wir schon mal unsere Formation vor. Beziehungsweise wir schicken jetzt erstmal unser Schiff. Auf Erkundungstour. Und ich würde sagen, wir lassen es hier hin. Mindestens einen Piraten. Das haben wir ganz vergessen. Die bilden wir natürlich auch aus. Für die Schiffserkundungstour, habe ich gesagt, nehme ich immer die einfachen mit. Und wenn wir dann das nächste Mal jemanden richtigen angreifen, werden dann Schläger und Co. dabei sein. Vielleicht auch für mich die neue Einheit, in Anführungszeichen, der Goblin. Und wir werden uns mal schauen, wie der sich schlägt. Das haben wir hier aber auch noch einmal. Eine Belohnung. 20 Diamanten. Die gehen wir gar nicht mit. Und wir kommen den, ich glaube 400 war es. Jetzt schauen wir mal nochmal. Ob ich mich da nicht täusche, dass mir hier eine weitere Konstrukteurshütze. Ja genau, 400. Also das haben wir schon 319. Also ich denke, in gar nicht allzu weiter Zukunft ist da auf alle Fälle was möglich. Genau, hier kommen wir dann auch noch upgraden momentan unseren Deep. Und ich würde sagen, das war es zur heutigen Folge. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Ihr wisst, ich freue mich immer über jeden Daumen hoch. Wer mich noch nicht abonniert hat, kann das gerne hier machen. Ist absolut kostenlos. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.